Ich bin jetzt seit zwei, drei Tagen in Berlin und ich kann wirklich sagen, ich liebe alles an dieser Stadt. Einfach die Energie der Straßen und die Energie der Menschen. Ob ich oft für einen Berliner gehalten werde? Ja, ständig. Das sind einfach meine Leute hier und hier kann ich einfach so sein, wie ich bin. Berlin. Kombiniert mit den vier Monaten, die ich im letzten Jahr hier gewohnt habe, kann ich getrost sagen, ja, ich bin ein Berliner. Berlin, Berlin. Das ist auch so diese Berliner Luft. Yes. Und das Berliner Leben ist genau mein Ding. Ich stehe meistens so gegen Mittag auf, ganz gechillt und dann spüle ich mir den Mund mit Pfeffi aus. Sehr erfrischend. Und ich meine, man merkt es vielleicht auch so, wie ich spreche, aber mittlerweile habe ich auch die Berliner Sprache so richtig inne. Hier. Lampe. Österreicher sagt Lampe. Aber der Berliner sagt Lampe. Ein kleiner, feiner Unterschied. Die kenne ich. Das ist eine Freundin von mir. Michael. Dann verlasse ich das Haus und hole mir einen typisch berlinerischen Snack und diesen bestelle ich auf Berlinerisch. Auf Berlinerisch. Hallo. Entschuldigung. Ich hätte gerne eine Currywurst. Die Bratwurst, nicht Curry. Ach, Bratwurst. Okay. Ketchupbratwurst. Why not? Beides. Beides? Ja. Ein Foto, ein Euro. Eine Foto, ein Euro. Bitte sehr. Stimmt so. Ja, danke schön. Danke sehr. Diese Wurst ist jetzt, wie ich feststellen muss, nicht vegetarisch. Und ich dachte, du hattest das zum... Also das ist Fleisch. Okay. Hallo. Möchte dir eine Wurst? Nie, danke. Okay. Ich lege diese Wurst. Irgendjemand diese Wurst? Ist nicht vegetarisch, deswegen gebe ich sie jetzt her. Ist es eine Wurst? Hallo. Möchte dir eine Wurst? Do you want this... Wurst? Okay. Legg das kurz dort ab. Okay. Natürlich, Berlin ist die perfekte Stadt für eine Partymaus wie mich und nach so einem anstrengenden Berliner Tag kann ich es kaum erwarten, in the club zu sein. Ein bisschen zu raven, techno, liebe ich. Ein weiterer toller Tag in Berlin neigt sich jetzt dem Ende zu, wobei nicht ganz dem Ende, ich werde jetzt nämlich noch auf Party machen, ich gehe jetzt noch in die Clubs, oh ja. Ich habe mich noch nicht entschieden in welchen Club, es gibt so viel Auswahl, entweder ich gehe ins Kataholpzig oder Ritter Butzke, aber zuerst muss ich jetzt noch nach oben und mich ein bisschen frisch machen, aber dann komme ich gleich wieder auf die Straßen und das können dann die Kameras aber nicht zeigen, denn das wird so exzessiv, dass keine Kameras erlaubt sind. Ich freue mich schon auf meine Partynacht. Juhu! Okay, das ist mein Schlüssel, da gehe ich jetzt rein. Das geht noch weiter, die Nacht ist nicht so, die Nacht ist noch jung, auf jeden Fall ist sie noch jung. So. Ah, endlich vorbei. Okay, ich lege mich jetzt schlafen und ich träume von Wien und dann schlafe ich zehn Stunden durch. Und jetzt freue ich mich schon auf mein Bett. vielleicht mache ich mir noch einen Tee, eine gute Nacht. Wie geht die Berliner Hymne, die deutsche Hymne? Du warst sicher. Oh, du. Deutschland. Deutschland. Land und andere. Untertitelung. BR 2018